Ja, ihr Lieben, Christian Schoamer, Padrapoort bzw. gut, Psychologe und ich habe heute eine Mail, die wird den einen oder anderen triggern. Lass uns einfach, seht trotzdem so, dass jeder Mensch hier auf seinem Weg ist und wenn ihr kommentiert, dann berücksichtigt das bitte auch, dass keiner perfekt ist und ja, alle, die auf meinem Kanal sind, denke ich, versuchen an sich zu arbeiten und so weiter. Ja, also ich fange mal hinten an. Die Frage ist, bin ich ein Flittchenstehender? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, den Ausdruck, aber gehen wir mal rein ins Zimmer. Hallo Christian, was stimmt los mit mir? Ich bin total verwirrt und genervt von mir selbst. Ich hoffe, dass du mir helfen kannst, meine Gefühle etwas zu sortieren. Ich bin Ende 30 geschieden nach einer langjährigen, glücklichen, aber unteraktivierten Ehe. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann, mit dem wir unser Kind gemeinsam erziehen. Meine Ehe habe ich beendet, nachdem ich mich in einen Kollegen verliebt habe. Wir haben uns auf der Hallenhammer Weltmeisterschaft geküsst und mir wurde klar, sich unter keinen Umständen mehr mit meinem Mann zusammenbleiben will. Ich habe die Trennung angekündigt. Ich war auch schon auf der Suche nach einer eigenen Wohnung, aber wir waren nicht richtig getrennt, als meine Beziehung mit dem neuen Mann begonnen hat. Und ich sage es immer wieder, auch wenn ihr es nicht hören wollt, eigene Spielfläche sauber halten, keine Dreiecke. Ich meine, es ist menschlich. Also es ist wirklich, also ich sage es wirklich aus aller Tiefe, es ist menschlich. Ich beschäftige mich gerade auch mit stammesgeschichtlichen, biologischen Aspekten und der Mensch hat zwei Fortpflanzungsstrategien offenbar. Und eine ist die Monogame und eine ist eben auch fremdgehend jetzt, denke ich. Aber wir sind kein Opfer von unserer, also wir können auch, mein Gott, vieles, was menschlich ist, wollen wir nicht mehr. Und also ich stehe natürlich ganz klar dafür, ich verstehe das, ich verstehe es, möchte ich meinen Anteil zu leisten, dass wir rauskommen an sowas und dass wir für uns stehen und dass man dann auch, klar, kann sowas passieren, dass man dann am nächsten Morgen hingeht und sagt, ja, sorry, das ist mir passiert und ja, ich stehe dafür gerade und müssen jetzt gucken, was wir machen und wie viel Überschnitt jetzt hier war, weiß ich nicht. Aber ja, ich denke, wir sollten möglichst ehrlich sein, sage ich jetzt aber ohne erhobenen Zeigefinger und ja. So, ich habe die Trennung angekündigt, war auch schon auf der Suche in einer neuen Wohnung. Achso, ja, technisch gesehen habe ich also meinen Mann betrogen. Meine neue Beziehung mit dem besagten Mann dauerte zwei Jahre und war schrecklich. Sie war von Manipulation, Eifersuchten und Psychospielchen seinerseits geprägt. Ich bin, wie du so schön sagst, komplett unter die Räder geraten. Das ist leider, ich lese das so oft, dass wirklich, wenn man in einer Affäre aus einer Beziehung rausgeht, diese Affären häufig super toxisch sind. Das macht daran liegen, dass man selber nicht so gut zurecht ist oder sehr anfällig ist aufgrund Midlife-Crisis, Quarterlife-Crisis, es macht sein, auch, dass Menschen, die in einer bestehenden Beziehung, was heißt, kann ich jetzt nicht sagen, also Hardcore-mäßig reingehen, vielleicht auch bestimmte Ausprägungen haben, sage ich mal. Und es macht auch einfach daran liegen, dass es ein Dreieck ist, die sind halt häufig sehr toxisch und, ja, und dass man eine Affäre anfängt und das ist jetzt der neue Partner fürs Leben. Es kommt vor, muss ich ganz klar sagen, aber häufig, also viel häufiger höre ich sowas her. Ist, wie es ist, ne? Aber die Trennung gestaltet sich als sehr schwierig mit vielen kurzen On-Off-Phase und viel Drama. Ja, was man natürlich gleich sich fragen muss, brauchst du, willst du das jetzt, willst du jetzt, frage ich ganz, keine rhetorische Frage, will deine Seele jetzt Action, Drama, Dopamin, Emotionen, Schmerzen, also Liebeskummer und Auf und Ab und Achterbahn? Ja, weil dann solltest du vielleicht keine, einfach keine kompetenten Beziehungen führen und weil offensichtlich konntest du das ja nicht mehr wertschätzen, das ruhige, stabile und was wirklich okay ist, aber dann spielt man halt ein anderes Spiel, ne? So, ne? Während der selbigen Zeit habe ich angefangen, mich mit einem Mann, einem anderen Mann zu treffen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das in der On- und Off-Phase war. Gut. Zwischen uns nichts gelaufen, aber es war keinesfalls freundschaftlich eher ein langes Vorspiel. Ich habe es von damals so von mir selbst gerechtfertigt, dass die neue Beziehung mir helfen kann, nicht in die toxische Beziehung zurückzurutschen. Ja, das ist total menschlich, aber das ist genau der Punkt, wie man sich im Minuspol häufig fühlt oder auch, wenn man selber so ein bisschen manipulativ unterwegs ist, dass man sagt, ja, ich darf das, weil das hilft mir, ich hatte eine schlechte Kindheit, keine Ahnung. Und das ist genau, womit sich das viele Menschen rechtfertigen, dass sie nicht ehrlich sind. Ich, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, aber wenn ihr euch fragt, was geht den Menschen vor, die bewusst Sachen machen, die vielleicht nicht ganz fair sind, ich sage es mal so, das ist häufig der Punkt, dass man sich sagt, ich darf das, ich muss das, ich kann nicht anders. Ja, ich will das auch gar nicht bewerten jetzt. Ich meine, es ist nicht verboten, was du machst. Und, äh, aber, ja, ob das jetzt der Seele gut tut, was du da machst, ob es den Männern gut tut, das musst du dich fragen, so, ne? Äh, aber unterm Strich war es wieder fremdgehen. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren mit diesem Mann zusammen. Also du solltest definitiv mal eine Datingpause machen, weil du bist jetzt voll in so einem toxischen Mahlstrom und rutschst von einer Beziehung in die nächste und keine ist richtig und, ähm, es wäre, glaube ich, dann gut, mal eine Pause zu machen, aber das ist nur meine Meinung. Aber gut, lesen wir erst mal weiter. Äh, die Beziehung ist okay, ich kann keinen rationalen Punkt benennen, den ein Ausständender als negativ bewerten würde. Er ist sehr korrekt zu mir und behandelt mich gut. Der, äh, Indoor-Olympics sind gut, aber emotional bin ich nicht erfüllt. Ich fühle mich oft einsam in einer Beziehung. Ich will eigentlich mehr Nähe, mehr Leidenschaft, mehr Initiative seinerseits, aber er ist oft kalt und nüchtern. Er sagt, es sei normal, dass eine Beziehung irgendwann ruhiger wird. Ja, jetzt ist hier wieder zu ruhig irgendwie, ne? Aber vielleicht ist er auch nicht einfach nicht der Richtige, weil ich weiß nicht, wie man, äh, wenn man von einer Beziehung in die nächste rutscht, wie man da mit Ruhe wirklich einen richtigen Partner finden will. Vor allen Dingen, wenn man dann der Liebeschip gerade so ein bisschen Amok läuft, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Man trifft häufig die falsche Wahl dann, ne? Äh, äh, ich nehme das hin, denke darüber nach, finde, ja, finde keinen rationalen Grund für eine Diskussion, will keinen Drama. Ja, das weiß ich nicht, ob du keinen Drama willst, ähm, und sage nichts, weil meine Unzufriedenheit steigt. Und nun hatten wir ein Betriebsfest und ich habe mit einem Kollegen rumgeknutscht. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, akzeptiere das, wie es gerade ist, zieh nicht noch mehr Männer da rein, wäre so meine Meinung. Beziehung und, ähm, ja, äh, geh mal auf Pause und überleg, was du eigentlich willst. Und wenn du, äh, sag ich jetzt ganz ehrlich, wenn du mit vielen Männern was anfangen willst, ich will, mach es, wenn du Bock drauf hast, aber dann geh nicht in Beziehung und dann sag den Männern auch nicht, dass du in Beziehung willst, sondern lebe das einfach. Und wenn du meinst, ähm, du willst eigentlich eine ruhige, äh, Beziehung führen, äh, ziehst, äh, aber lebst irgendwie was anderes immer wieder, äh, ja, ja, kannst ja auch mal in meine Kurse reingucken, auch in die, gerade in die Bindungsangst, äh, Kurse, im weitesten Sinne, ob du jetzt Bindungsangst hast, keine Ahnung, aber offensichtlich bist du gerade ziemlich Drama, auf einen Dramatrip so und, und suchst das, diese, ähm, und eins muss ich auch ganz klar sagen, ähm, Beziehung, also, du musst glücklich werden, du kannst das nicht von einer Beziehung erwarten, so, ne, und, äh, du musst da, äh, mal rauskriegen, was du eigentlich willst, das ist ja auch Teil der meinen Kursen, und, ähm, welches Beziehungsmodell gerade das Richtige für dich, aber du suchst da was in der Beziehung, was du, glaube ich, nur in dir finden kannst und, und das ist kein guter Weg, du bist jetzt quasi, wenn ich das da so richtig sehe, dreimal fremdgeknutscht, fremdgegangen, ähm, und wie sagte ich, wie jetzt der Letzte, der irgendwie Moralkeule schwingt, aber man muss einfach auch sehen, dass das, dass so ja vielleicht nicht so gut ist, wenn es so weitergeht, dass es ja auch nicht fair ist den anderen Männern gegenüber und dass so irgendwas da nicht passt, wie du das aufziehst, also entweder führst du die falschen Beziehungen, das falschen Beziehungsmodelle, oder du bist wie so viele hin und her gerissen zwischen, äh, will ich jetzt eigentlich, äh, will ich eigentlich, also ich will eigentlich eine ruhige Beziehung, aber, äh, such eigentlich Dopamin, äh, Drama, Aufregung, was, mein Gott, wenn ihr das suchen wollt, sucht das, aber, äh, finde dann, sollte man einfach ins Spiel gucken und sagen, äh, ja, das will ich jetzt und ich will unbedingt Risiko eingehen und, ja, dann bleib single, hast du als Situationships und, äh, keine Ahnung, ne? Äh, ähm, ich habe keine Gefühle für ihn, ich finde ihn hot, wir haben etwas geflirtet und es ist ganz klar, dass es nur eine Sektlaune war. Ja, mach es doch, lebt ein wildes Leben, aber dann mach es wirklich sauber und zieh nicht andere Männer da mit rein, so, ne? Ja, die mit dir zusammen sind, ne? Am nächsten Tag habe ich allerdings nichts bereut. Okay. Es ist so, als hätte ich das Recht dazu gehabt. Oh, das triggert mich total an, sag ich dir ganz ehrlich, ey. Oh. Was für ein Recht denn? Äh, äh, wer gibt dir denn dieses Recht, also, ich, also, das verstehe ich nicht. Ich finde, du liegst dir das da ganz nice zurecht irgendwie gerade und das finde ich problematisch, sag ich ganz ehrlich, ne? Als hätte ich das Recht dazu gehabt, weil mein Freund nicht mich glücklich macht. Ja, dann geh aus der Beziehung raus. Also, was dann Sache ist, aber, äh, das, was gibt dir das denn für ein Recht, jetzt fremdzuknutschen? Ich meine, wenn man es macht, dann macht man es. Äh, muss man Verantwortung übernehmen, aber jetzt zu sagen, ja, das hat er verdient, weil er mich nicht glücklich macht, äh, und deswegen hole ich mir jetzt, was ich will, finde ich sehr im Ego, sag ich ganz ehrlich, ne? Das ist auch total ätzend. Ja, immerhin, äh, deswegen, äh, Kudos dafür, dass du das siehst. Das finde ich sehr gut. Äh, so eine Person möchte ich nicht sein. Ja, wunderbar. Ja, das, äh, sind wir doch hier auf einer guten Spur. In welcher Dimension bin ich der Liebe, bin ich nun gefangen? Ja, das ist auf jeden Fall die tiefste dritte Dimension, aber mit, äh, Erkenntnis und Bewusstsein, dass das vielleicht nicht so ein hochschwingender Weg ist, sagen wir mal so, ne? Äh, bin ich liebessüchtig? Ja, also, es gibt ja so, so dramasüchtig, ne? Du bist jetzt nicht zu einer Person liebessüchtig, aber du, ähm, ja, es ist halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen ein Minuspol-Sucht, äh, aufmerksam, ein bisschen Drama, aufmerksamkeitsüchtig vielleicht. Bin ich einfach ein Flittchen? Ja, ich, ich bin nicht der Meinung, dass man, äh, da so wertende Begriffe aus unserer gesellschaftlichen Vergangenheit benutzen sollte. Übernimm einfach Verantwortung für dein Verhalten, äh, überleg, was du wirklich willst und dich jetzt selber runterputzen. Äh, äh, da bin ich kein, äh, das ist nicht, was ich vertrete, aber Verantwortung übernehmen, ganz klar, ne? Ist das meine Art, aus Beziehung auszusteigen? Obviously. Vielleicht kannst du mir einfach etwas zu sortieren. Ja, mach die fucking Kurse, guck gegen sie mal rein, vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter und, äh, ja, ich hab ja, glaube ich, genug gesagt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.